So schnell würde ich auch gerne einpennen. Hä, das sind doch Waggons. Als Fahrstuhl. Ja, Tickets. Wie geil ist das denn gemacht? So, hier muss ich irgendwas einsetzen. Schlüssel. Das ist doch genial. Ein Schlüssel. Echt scharfsinnig von mir. So, bekomme ich ihn immer weiter. So, meine alte Uhr. Mal bestimmt irgendwas langsamer mitmachen. Oh, du... Zurück geht's auch nicht mehr. So, jetzt kann ich mal die Uhr. Ach so, jetzt kann man ja nochmal... Das ist ja verzwickt. Okay, das bringt so nix. Genau, da sind wir nämlich nicht rübergekommen. So, jetzt kommen wir da rüber. Ich weiß nicht mehr. ist er gut ein kleines bisschen dunkel ganz kurz mal eine einstellung gucken zwar die helligkeit schon ein bisschen auf 110 mal 120 das ist bei youtube dann zu dunkel wird mal eine brechstange oder sowas wird nicht die uhr auch nicht da muss es doch irgendwas geben und 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 Okay, den Raum von oben her gesehen haben wir noch nicht. Ah, okay, den Schlüssel haben wir ja. So, achso, klar. Da wo wir eben waren, an den Holzbalken, können wir natürlich auch abfackeln. Genau. Ja, da guckst du, einfach den Boden weg. Das ist ein bisschen unsinnig, aber hey, so ein Traum ist ja alles möglich. Buchstabe T. Irgendein T-Winkel oder sowas. Gab's da sowieso nix. Ach, das war... Das war schon Kapitel 2. Hier ändert sich aber auch nix. Also entweder ist die Uhr kaputt oder wie gesagt, wir sind glaube ich hier schon ein Traum. Schon seit Anfang des Spiels. Ist doch nicht normal, dass die Uhr sich so dreht. Es kann natürlich auch möglich sein, er kann den Traum hier nicht steuern. Also er kann die Gravitation nur da steuern, wo er wirklich denkt, er wäre im Traum. Wahrscheinlich denkt er, der wäre hier wach. Und dabei ist er trotzdem im Traum. Deswegen kann ich nicht die Wände oder sowas hochlaufen. Alles ist ziemlich oder relativ normal. Gut, gehen wir in den nächsten Kapitel. Frag mich, was der Junge ist. Wir haben zweimal so einen Jungen gesehen. Sind mal abgehauen mit so einer Tüte über den Kopf. Hat irgendwie mal voll Angst gehabt. Aber schon geil umgesetzt. Muss mal zugeben. Hallo. Findest du was? Ja. Jetzt hat es auch ein bisschen was von... Wie heißen die? Eiskalte Hähnchen. Adams Family war das glaube ich. Ja. Ja. Ja, da brauche ich noch ein paar Arme. Ach, oder ich nehme den Alten. Der Alte? Ne? Hopp. So geil wie sich alles bewegt. Wenn alles dreht. Guck mal, das war die Ausgangsposition. Laufen wir erstmal weiter. Geht nix. Okay, da muss irgendwas hin. Ich habe mit den Lenpack. Ich kann nicht auf jeden Fall hier vor Augen. Das ist mit dem Lenpack. Wie? Wie? Das ist mit dem Lenpack. Da geht es auch nicht mehr weiter. I'm singing in the rain. Das war ja klar. Ne. Ah ok. Ne. Den einen hat er jetzt aber nicht aktiviert. Gerade eben. Das ist klar. Da wo ich drüber laufe. Wieso sind jetzt aber beide zugegangen? Oh je. Ah. Dann die ersten drei. Dann die ersten. Ah ok. Verstehe. Also wenn man den. Also das negiert sich immer. Quasi. Beim ersten. Nur der erste negiert sich. Also wenn er zu ist geht er auf. Wenn er auf ist geht er zu. Wenn ich den zweiten betätige. Dann negieren sich die ersten beiden. Jetzt muss ich so drüber laufen. Dass alle vier offen. Alle vier aufgehen. Ah. Moment. Wenn man das als bit sieht. Ja. Wie macht man das erstmal. Die Frage ist muss der. Ach das ist doch ganz einfach. Der muss zu sein. Jetzt gehe ich übers zweite. Die ersten beiden gehen auf. Auf. So. Jetzt muss ich nochmal wieder aufs zweite. Zurück. Dann gehen alle drei auf. Dritte zurück. Alle vier. Das ist doch easy. Ist doch easy. Oh. Ich glaube bei dem. Muss ich schleichen. hab ich mich erschrocken kacke der schnell du idiot lauf 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 ach da ist ein zweiter arm so da müsste auch noch irgendwas hin starb oder sowas auch nicht wieder an den vorbei komm beweg dich mal oh ne denkt da der wär ein elefant oder was so nach rechts sind wir auch noch nicht gelaufen ah das geht wieder nach unten was macht es was macht das ding so so ich glaube dazu muss ich mich erst mal drehen um zu gucken was das verursacht hier scheint nichts zu passieren so jetzt nochmal hoch was war das das gleich gleich oben scheint auch mal ein arm zu sein wie ich es gesehen habe hier 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 sieht da so aus hier 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 So, wo brauchen wir dann eine Autobatterie? Ah, okay. Das war ja so ein Behälter mit einem Schalter. Da hat aber nichts verursacht. Ach, da ist er. What? Wenn ich nach rechts-links drücke, bewege ich die zwei nach oben und unten. Das war jetzt einfach nur rumgespielt. Boah, ich verstehe. Oh ne, oder? Das ist doch unfair, ob wir da oft zahlen. Das schaffe ich jetzt bestimmt nicht mehr. Da ist er ja, ein Arm. Wie viel bräuchte ich eigentlich? Habe ich zwei? Einen habe ich ja schon dran gemacht. Ach, das war ja hier. Gut, fehlt noch einer. Okay, ich glaube, wenn die Mülltonne... Mülltonne... Mülltonne hinfliegt... Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Also da lang sind wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Nein. Nein. Komm, komm. Ah. Ja. Ne. Nein. Gut, da fehlt also was, ähm... Was könnte denn da fehlen? Ein Zahnrad wahrscheinlich. Oh, Moment, das hatten wir ja gemacht. Da links waren wir auch schon. So, das verstehe ich nicht ganz. Während das nach unten geht, ist doch irgendwas passiert. Tage ist nur was. Viel Zeit bleibt er eigentlich gar nicht. Oh, ne, das wird zu lange dauern. Ich bin ein Zeispuss. Also, hier bin ich auch nicht ganz. kanal. was war ein Zeispuss. Ist doch dort in der Nähe. Ja. Ich bin ein Zeispuss. Ich bin ein Zeispuss. Ich bin ein Zeispuss. Es kann so leiden, ich bin ein Zeispuss. Ich bin ein Zeispuss auf. Achso, Moment, ich muss dann in die Richtung gehen. Klar, ich bin so ein Idiot. So, ab zum Auto. Wo war er jetzt nochmal? Nee. Oder? Ach, da ist er. Eine Kurbel, das wird dann bei den komischen Elefantenvieh sein. Oh, nein! Entschuldigung! Ah, nein! Entschuldigung! Du dummes, dummes Fie! Nee, 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 nee! So. Kurbel, Kurbel. Ein Uhrzeiger. Irgendwo war noch was. So. Brauchen wir ein Uhrzeiger. Achso. Anstatt ein Zahnrad. Ich habe gedacht, da kommt ein Zahnrad hin. Wird die Uhrzeiger wahrscheinlich hin müssen. Ja, wo war das? Hier, glaube ich. Ja, wo war das? Ja. Okay. Achso. Das kann ich auf der Position ändern. Und links. Und links. Moment. Nee, die kann ich ja nur drehen. Dann muss ich so drehen, damit er wahrscheinlich in den Kreis dort gelangt. Nee, nach links. Achso. Okay. Mal nach rechts. Mal nach rechts. Mal nach rechts. Hä? Achso, die... Das ändert sich. Ah, Moment. Ist nach links unten und fertig. So, jetzt muss ich es nochmal drehen. So. He, geht es nicht nach unten. Abwiesuja. Ja. Bisher war der Junge nicht da. Soweit ich weiß. So. Dann ab nach Hause. So. 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 Kapitel 4 freigeschallen. Der Junge hat gefehlt. Ich weiß nicht, ob der Junge... Ähm. Vielleicht kommt da gar nicht in jedem Kapitel vor. Oh, hat sich diesmal was geändert. Äh. Da ändert sich wirklich was. So. Da ändert sich wirklich was. so. 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 So.